Hallo und zurück zu Let's Play Resident Evil 4 Remake. Also dann schauen wir mal, dass das ganze weitergeht. Okay, da entlang also. Dann auf geht's. Und wie geht's hier los? Okay, dann ist es ja gut, in Form zu sein. Das hat sich. Okay, das haben wir hier. Oh fuck. Ich weiß. Ich weiß, dass ich diese Mistbücher kämpfe. Nimm das! Ich weiß, dass ich die Mistbücher kämpfe. Ich weiß, das ist以上. Das war's schon so absolut. Was macht eine Schaffversion? hoffen es war es jetzt ich weiß jetzt noch nicht, ja ein Summen, oder? alle oben das ist ein wenig für den Auftrag so viele sind bereits in den nimmerenden wohl wohl in den nimmerenden wohlenden schwärmen von unizipus Opfer gefallen es ist eine regelrechte Plage du willst zerstöre die Eingänge zu ihrer riesigen Buchstätte und warum es für eine weitere Tragödie auf der eigenen Buchstätte zerstören mit Buchstätte um 4 Spinner als Vorscheidung von 4 ok, alles klar, dann wir sind wohl schon in der Buchstätte ich werde also alle Eingänge zerstören also 4 Eingänge gibt es also und dann muss ich wohl die Eingänge suchen mal schauen wie ich sie zerstören kann ich hasse Insekten wie wärs wenn du dich um sie kümmern nichts schlägt, was? was? so, das war's ach scheiße noch eins hört was raus die im Kern plage würde ich mich wissen wie ich sie zerstören soll ach jetzt schon mal kennen als ihr ein bisschen eingang da hatte ich ja meine ich sie ja jetzt aber wie ich sie zerstören soll vielleicht nicht freundchen nicht ich weiß nicht wie ich die durchgewischt ich hab da kein Messer mehr super naja ist so ist es halt so oder wir haben jetzt wieder messer eigentlich mal da ist noch was also hier lang hier lang hier ist es was der Kien war nicht hier hier ist es hier ist es zu hier ist es zu hier ist es ja hier ist es zu oder? Ne. Hier in den Netzen? Ne, auch nicht. Damit sich die Verbände verkaufen können. Ah, egal. Muss ich selbst als Verkaufheit werden. Was soll's. Ah, egal. Es ist auch ein Blau. Okay. Aber ich weiß nicht, dass ich das jetzt bitte. Da. 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 Stopp. Ich sag jetzt zum Händler, wer schon mal hier ist. Du hast den Geruch des Kampfes an dir kleben. Willkommen. Ich hab nur die feinste Ware im Angebot Fremde. Sandbuhr. Goldplättchen. Ein hervorragender Diener. Ja, ja, ja. eine Weinkernel mit Edelsteinen jetzt wird es besser reparieren das Beste zu reparieren wäre schlecht weiterhin viel glückfremder kann ich sonst noch etwas für dich tun besser zu gut vorbereitet wo soll das noch hin deine Hosentasche meine Waren sind in einem Top Zustand das versichere ich das Leitzchen ein paar Vorratskäufe gute Entscheidung wäre das dann alles nee bei dem handwerklichen Geschick ist das kein Wunder komm jederzeit wieder ok vorüber ich möchte nicht mehr wissen wie ich die Eingänge zerstören die Buchstätte oder so die Eingänge muss man ja auch vorher finden also das was Neues wenn ich meinen kann wie man die Eingänge zerstören kann muss ich ja was soll ich jetzt mal als Eingang definieren also wenn wir ein CP geben ich weiß ja wenn ich vor die Fahrstuhl runter muss der Fahrstuhl ist hier ich habe keine Ahnung wo der ankommt ich sehe ja die Fahrstuhl runter und schaue ich dort jetzt sonst hört man als immer die Buchstätte angezeigt wird denn ja dann kann ich nur die Fäder und die Eingänge zerstören oh das ist das Wiennest also das auch die Buchstätte sein muss ja auch schieße ok nicht viel muss die Eingänge zerstören nur wie ist die Frage ja wenn man sich abschießen kann bei den Eingängen wenn die Eingänge zerstören kann es ja wohl die Eingänge irgend was hält ja 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 Achtung! und hier sind sie wohl sogar im herbst oder ist das winter wenn mich nicht auf jeden fall ich hatte ja es hält sich sehr bedenkt weil ich wie warm mir anfang gezogen war naja hier haben wir nicht doch haben wir ein bisschen was zu zerstören ich vergesse wie ich ihn zerstören soll der in der wachstube gebracht bitte hier hoch also was wird nein nix da hey was im fahrstuhl gehe ich von bei uns was im fahrstuhl schaue wie er umbringt und wenn ja weiterlich zu tun habe aber ich glaube dass ich die europäische einschutz bringen kann aber das ist n nicht mehr nicht ok jetzt gut Ich habe alles in den Gumpen. Ich habe alles in den Weg, okay. Na, wo ist der Fahrstuhl? Tü rein, wo ist's? Und so, okay, wo geht's nach oben? Fährt er oben, oder? Ja, fährt er oben. Hm. Mach das nicht wieder gut. Das weiß ich. Aber ich will nicht, dass noch mehr Menschen zu schaden wird. Wenn das so ist, häng dich gefälligst rein. Harsche Worte für einen Knappen. Jetzt geht er auf. Ich warte, oder? Endlich raus aus dem Höhenloch. Die frische Luft ruft unseren Namen. Porfine. Wenn wir erst mal hier sind, bedeutet das wir sind fast. Fast was? Oh nein. Was ist das? Elo ist doch auch, oder was? Lange nicht gesehen, Rookie. Major Krauser? Was soll das? Verkommen! Sicherung von Diebesgut. Und nebenbei beseitigt von ein paar Herzen. Einfacher Job. Ashley, das war ein Sieg. Du kapierst schnell! Was hab ich dich gelehrt? Messer sind schneller. Nicht schlecht! Wir fangen gerade erst an, Rookie. Werden Sie von diesem Kult kontrolliert? Das hat nichts mit denen zu tun. Ich hab mich jetzt entschieden als freier Mann. Das kann man bedauerlich, aber das ist doch, Leon. Glaube ich. Oh, ich denke klar wie Niko davor. Jetzt konzentriere dich und zeig mir was du kannst. Ein Soldat wie sie, der für solche Irrenarbeit wird wie so. Wie so? Schon vergessen, was vor zwei Jahren passiert ist. Operation, Javier. Ja, stimmt ja, alle. Hey, wir sind wieder der Chronic Kids. Haben wir gesehen, dass Jack Krauser da den Arm, da ihr Arm sehr schaffter Halt bekommen hat, der zweite wohl nie. Das ist ja, dass Jack Krauser da den Arm sehr schaffter Halt bekommen hat. Was ist falsch daran, das gleiche für mich zu wollen? Krauser! Zu langsam! Gib dir mehr Mühe! Mach dich bereit! Mach dich bereit! Mach dich bereit! Mach dich bereit! Mach dich nicht! Ja, wir lassen dich raus mit dir an dir zu! Hey, ich kann's wahnsinnig ja! Haua! Hätt nicht gedacht, dass wir nochmal in den Ring steigen. Ich hab's dir beigebracht. Ich hab's dir beigebracht. Ich hab's dir beigebracht. ach nicht bei dir es gibt noch genug gespielt okay du hast dich kein stück verändert was für eine enttäuschung nicht gut aus mein freund ein herber verlust für die frauen dieser welt der schlüssel zu meinem labor geht dorthin und entferne die verdammten ich hab ein scheiß leben geführt aber jetzt was denkst du lian menschen ändern sich oder da hat er wohl recht was war es wo er mit louis scheiße auch gestorben ist besser gefallen wenn ich lieber liebt hätte ich bin jetzt nur jetzt schade dem fach ich muss dafür als gewerfen als würde ich mitnehmen und weiter geht's das war gekämpft damit ist nicht davon ich habe jetzt nicht mehr im fahrstuhl nutzen kann ich wollte eigentlich schon noch die buchte zerstören ich hätte die eigentliche buchte aber naja wenn ich bin aber geht geht halt nicht was soll es aber zurückkehren der mich vielleicht ein rob bringt wo ich würde ich die eigentliche zerstören kann aber ich habe mich auf alles hingebracht obwohl neukie da habe ich schon gebraucht aber ich glaube ich will hier vorne noch mal nach ob ich vielleicht doch noch irgendwo peter auch messer finde die können ja nicht überall stecken so was machen louis früher vorher war anders also im augen fahrer war anders dann ich bin vor so dann stand dort werden sie büßen verspreche ich stand dort wurde er von z blauen gebraucht und nicht vom trouser wo komme ich jetzt an leon ich habe nicht viel zeit also hör gut zu sie haben deine freundin auf den uhrturm gebracht du bist also doch nicht herzlos ich schätze ich sollte mich bedanken ja stimmt kapitän helfen einen gestolene schmutzel zu holen es ist ein es ist ein krähe die bestätzt sie hat bestimmt zu ihrem nest gebracht es ist ein familienwerbstück und soll nicht als vorbilder enden ein zerkassenes rat verkaufen gebiet wo kopen und eispinal eins und so zarten smaragd muss also im buch zu finden sein das ist so wie im buch wo er es wirklich will es sei leise wieder liegen allein wenn ein anblick tun nämlich seiner visage rollen sich wie fußdecke hoch tut mir ein tut mir gefallen und hat und als der porträt für mich es hängt in dem raum auf dem foto zu sehen es hängt in dem raum der auf dem foto zu sehen ist wie es gemacht wird ist mir gleich wahrscheinlich wäre der beste herr mit dir was zu bewerfen schalten sie weg für dieses foto was bin denn da zu tun was kann ich für dich tun so hier werden müssen ich weiß gar nicht was nötig zum tauschen die genutzt die brauchen wir eigentlich nichts wo wir unsere wahre hier haben das willst du nicht wie du meinst ich würde sagen gehe ich vielleicht wegen einem buch aber jetzt doch mal ein vorzimmer dort schon was zu holen gibt jetzt wohl jetzt ins vorzimmer weiß wie ein thronsaal verschlossen obwohl es nur auf die b-wahrheit der thronsaal hat er das schießprogramm zerstört also wenn er in den sicht geschmarrt wir haben auch gar nicht gepasst muss auch für einen blogger haltet das hat der fahrer sich über sattlergeist hat er selbst zugegeben ein forscher war von sid lang gestellt aber was zum ok wie wollte ich an das das Jetzt bin ich da hin und so Das war's. 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 schade halt nicht welche und nehmen wo musst du eigentlich nicht sein ich kann ja da wo krekt so krekt schießpuppa Nee, da wird vielleicht wieder eine Wetterkugel, den Kerl wie er liebt, also doch, ist mir jetzt auch egal. Ich weiß nicht, wie er wo das Nächste ist, ich muss nicht mehr sein, ich vergesse wo. Hmm. Hmm. Man muss die Kerl auch jenes haben. Es ist nur wo, manchmal, wir müssen Salazarfigur sein, fällt da oben. Hmm. 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 Das muss ich nicht so sein. Aber wir haben noch einen Wettbewerb. Ok, also ich fähre das Krännis hier, wo einfach nicht, was zumindest noch nicht. Wo ist die Krännis? Ich denke jetzt mal drauf. Fähre ich die Krännis, fähre ich die Krännis oder der Unterpfust wo ich mir jetzt noch keine Krähe mehr. Also, wenn ich jetzt vielleicht das Video mit dem Hit um die Krähe. Oh. Dann, wie gesagt, ich will das Video mit dem Human Edition erwähnten. Wenn ich euch ja das Krännis finde, bis zum nächsten Video. Bis dann heute. Ciao.